Bei mir ist ein Reifen kaputt, glaube ich. Nee, ich habe ein Auto unter mir. Ich wollte gerade sagen. Ich habe ein Auto unter mir. Hallo und herzlich willkommen hier bei den Teenagers from Mars. Der Lange da drüben hat Schluck auf, deswegen mache ich heute das Intro. Wir spielen wieder eine Runde Wreckfest. Ja. Hallo. Darauf habe ich gewartet. Lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Viel Spaß beim Video. Danke. Tschüss. Wo bist du? Wo ist denn dein Bugsilla? Oh, da hinten so ein kleiner Monster Truck, ne? Entschuldigung. Oh, da fährt einer mit einem Rasenmäher. Geilo. Was hast du denn für eine Karre? Ach, Standard. Ich musste auch mal investieren hier. Oh, der ist auch... Oh, so ein Manta-Manta hier, ey. Richtig geil. Richtig geil. Lackierung. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich sage jetzt auch immer Entschuldigung, okay? Ja, bitte. Eben Schlick auf. Boah, der geht ja gut ab, der... Entschuldigung. Jawohl, Alter. Wo bist du denn? Ich fahr hier rum. Der geht richtig ab, Alter. Der ist richtig geil. Ah, danke für diese gute Angabe wieder. Ich fahr hier rum. Ja, ich fahr hier rum. Ich bin im Kronel. Was wäre die Alternative? Stehenbleiben hier. Oh, oh, Entschuldigung. Ich hab dich auch noch nicht gesehen. Ich hab dich doch gerade weggehauen. Ne. Ich hab dich doch K.O. gemacht. Demolieren hab ich dich doch. Ne, das hab ich letztes Mal gemacht, wo du meintest, das wär nicht so. Auch nicht so. Ne, ne. Au. Da hab ich wohl, ähm, die Barrikaden nicht gesehen. Ah, da ist der Simon. Bei mir ist ein Reifen kaputt, glaub ich. Ne, ich hab ein Auto unter mir. Ich wollt grad sagen. Ich hab ein Auto unter mir. Da ist was unter dir. Da ist der Nacktmull drunter, glaub ich. Oh, und ich hab ihn demoliert. Ey, geh da mal weg da, du Arschloch. Ich will dich nicht. Mein Gott, der hat mich richtig gestört. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? Nacktmull. Hast du ABS Anzeige bekommen, oder was? Nein, der hat sich so... Ich dachte, den Reifen wär Platz. So ist der gerade gefahren. Was hat der, der, die Longlegs? Was hast du denn zu meinem Käfer? Schickes Karren. Ja, geil, ne? Schickes Karren. Tschuldigung. Kein Ding. Hashtag in die Kommentare, wenn's euch nervt. Nervt. Hauptsache, Hashtag in die Kommentare. Einfach nur ein Hashtag. Scheiß drauf auf den Rest. Ja, der richtige Profi am Start. Oh, ich hab' einen kritischen Schaden. Das wissen wir alle, aber... Der ist ja nicht neu, ne? Als ob er mich mitnimmt. Ich hab' den Erfolg... Oh, geil! Er hat mich da voll reingedreht und ich hab'n demoliert bekommen. In den Go-Kart-Fahrer hier auf seinem Rasenmäher. Wie kann man mit so'ner Karre bei so'nem Ding fahren? Keine Ahnung. Wenn er das lustig machen will vielleicht? Ja, aber wir sind doch hier die Lustigen. Der weiß er doch nicht. Boah! Schon wieder demoliert. Läuft so richtig bei mir. Erster Platz, Baby. Bei mir nicht. Samstoss. Ein Pfiffi. Ein Pfiffi hab' ich ja bekommen für... Entschuldigung. Aber ich bin demoliert. Scheiße. Aber du kannst respawnen. Ja, ich komm noch wieder. Ja, okay. Bleib doch stehen. Boom! Ein Huni! Bist du doof? Nimm mich doch mit, den Huni. So, nur ne Frage. Bist du doof? Ja, klar. Geboren schon. Ja, hier. Doof geboren. Ja, weil ich kam gerade wieder, weißt du? Das ist doch... Das ist doch Mist. Spawn-Kill. Bam! Jetzt hab' ich auch einen demoliert. Ja, Glückwunsch. Den hab' ich zwar abgestaubt, aber ist ja egal. BAM! Und den Nächsten. Ha! Ich hole auf. Oh, ich bin... Ich bin am Arsch. BAM! BAM! Boah, wenn der einmal rammt, du, dann ist aber AGV vorbei. Das sag' ich dir. Kannst du überhaupt was treffen? Du hast doch nur Reifen da vorne. Ja, ja, ich treff. Ja, ja. Ich will den kleinen Ruckart-Fahrer haben. Oh, da hab' ich doch mitgemischt. Entschuldigung. Ja, aber ich wollte den demolieren. Du hast mich davon abgehalten. Das ist jetzt scheiße für dich, weil... Als ob. Erzähl doch keinen Schmuh, ey. Ja, ist so. Ist so. Weil ich auf dem zweiten bin und du auf dem letzten. Ne, bin ich nicht. Ne, bin ich nicht. Entschuldigung. Mein Gott, tu deinen Schluck auf. Ja, erschreck mich doch mal. BAM! Hört am Spiegel. Oh Gott. Ich glaub, jetzt ist es weg durch den schlechten Witz. Ich hab kritischen Schaden. Komm her, komm her, komm her. Gib mir die Punkte, bitte. Ne, ich gönne jemand anders. Ey. Ich töte mich jetzt selber einfach. Ich komm nicht mehr auf... Vorher du mich töntest. Erster Platz. Der eine ist wohl besser als du, würde ich sagen. Einer, ja. Aber nur einer. Man, ich seh aber auch keinen mehr. Das ist jetzt schon wieder bitter. Ach, ich bin fünfter. Nein! Zwei demoliert. Drei demoliert. Wie viele Punkte? Oh, 400 Punkte hat der Unterschied gehabt. Das ist krass. Auf kargen Fels. Gut gespielt. Ja. Hot Junk. Man. Man. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich starte von der ersten... Oh, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Posey. Da macht er nichts. Ich seh, Scorpion King. Oh, da war der ja. Der Baxilla. In meinem Rücken. Hab ich gespürt. Ja. Gummischloppen. Du hast aber deine Karre falsch eingestellt hier. Du bist ja nur ein Driften. Ich? Nee, er hier vor mir. Entschuldigung. Weißt du, der Scorpion King hier, was macht der denn? Der ist voll geil, ne? Ja. Und ein Scorpion auf dem Dach. Oh, ich bin wieder zweiter Platz, ey. Heute ist der Tag der Zweiten. Ich bin direkt hinter dir, ja. Der erste Verlierer. Wie viel Platz bist du, wenn du den Zweiten überholst? Zweiter, du Vollidiot. Du hast kurz gedacht, dann er ist dann, ne? Ich hab gar nicht nachgedacht. Hast du mal eine schnelle Antwort doch gesehen. Ich hab ihn rausgedreht. Ich hab aber Punkte bekommen. Was mach ich mit den Punkten? Ja, dann mach ja sein. Ja, nix. Dir helfen die hier nicht so viel weiter. Manu. Ja, Mann, Alter. Der Baxilla, der rockt einfach. Ihr habt ein Allrad oder so. Okay. Außer man hat ja Stacheln auf dem Rücken. Ey, geil. Ihr habt Stacheln auf dem Rücken. Und Haare auf den Zähnen. Schon gucken. Mein Gott. Ja, ich kann auch nix mehr für. Hast du deinen Körper nicht im Griff, oder was? Ah. Er hat mich rausgedreht. Ey, jetzt war ohne Scheiß. Ja, ich wollte gerade sagen, auf welchen Platz bist du denn jetzt mittlerweile gelandet? Schnauze. Richtig schlecht. Oh, jetzt haben sich hier viele verschätzt in der Kurve. Äh, in dem Cross. In dem Kreuz. Ich bin Zweiter. Hä? Wie viel da bist du denn? Erster? Erster. Hm. Nee, ne? Doch. Quack, Schnitzel, Alter. Bleib doch mal stehen. Aber der andere ist direkt hinter mir. Der Lone Ranger. Nee, der Rot-Gelbe. Ja. Nee, der ist aber nicht Zweiter. Dieser Lone Ranger, ja, stimmt. Der ist überrundet worden, kann das sein? Ja, ja. Der Grüne oder der Schwarze? Der, der Grüne müsste Zweiter sein hier, der will. Wer denn gerade gestöhnt hier ins Mikrofon? Was soll das? Oh, oh, oh. Krieg ich nicht. Wow, 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 wow. Verpiss dich. Oh nein, oh nein. Doch, doch, doch. Wie lange habe ich denn noch? Ah, noch zwei Runden, okay. Wo muss ich lang? Ich meine, ach, du Vollidiot, Mann. Ja, ich wurde rausgeschmissen. Das ist so eine Scheiße. Das ist keine schwere Strecke hier. Ich wurde rausgekickt in der Kurve. Ach, in dem X da. Und dann musst du wieder zum Anfang, wo du rausgeflogen bist. Oh, das ist richtig scheiße. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen nervig. Ich meine, hier kannst du wieder zurücksetzen, aber in den Servern, wo du nicht zurücksetzen kannst. Das ist echt nervig, ja. Oh, da kommt welche. Oh, zu mir habe ich eine starke Karre. Alter. Oh, das war jetzt zu. Ui. Ich habe mich schon wieder rausgedreht. Oh Mann, halt doch mal die Presse, Philipp. Jawohl. Simon Machete, Sieger. Ach, dass wir das noch erleben dürfen. Ich habe in der letzten Folge schon gewonnen. Nee, davor die Folge. Ach, was weiß ich, irgendwann. Ich weiß keiner was von. Schaut es euch an. Schaut in die Playlist. Und sucht das Video raus, wo der Simon gewonnen hat. Ja, wir haben hier Serverprobleme. Der Discord hat. Der hat einen Schluck auf. Aber Punkte habe ich richtig viel gesammelt. Ja, Hammer. Was hast du da oben drauf? Pizza Taxi oder was hast du da oben drauf stehen? Das ist die Reklame für dich. Welcher Platz bist du denn? Ich habe die meisten Punkte, das zählt auch. Ich bin 9er. GG, guys. Vielen Dank fürs Zuschauen. Der Philipp fährt noch seine letzten Runden da. Ich bin schon durch. Lasst gerne ein Abo da und einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Oder im Livestream. Immer mittwochs, 20 Uhr. Schaltet ein. Oder da. Schaltet ein. Schaltet ein. Schaltet ein. Schaltet ein. Schaltet ein.